Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Videobeitrag. Wir sind in Paschink bei Tractive und haben Breaking News zu verkünden. Diese Konstellation ist kein Zufall, ich werde nicht alles verraten, die Jungs werden das verraten. Mit uns ist der Co-Founder und CEO Michael Hurnaus. Michael, servus. Servus dir an. Und Florian Geschwandner, nach einer mehr Pause, wieder in einem Video bei uns, wieder in einem Video sozusagen, das vieles zu verraten haben wird. Florian, welcome. Danke, freue mich, dass ich wieder da sein darf. Wieso sitzen wir in dieser Konstellation? Um was geht es? Kurz sozusagen Antis und dann gehen wir einige Meilensteine der Tractive durch. Weltmarktführer im Bereich GPS für Haustiere, im Bereich sozusagen auch Aktivitätenmessung und Tracking für Haustiere. Ein PetTag aus Österreich, wirklich globaler Weltmarktführer mit Riesenpotenzial. Hansi schickt mir immer, Hansi Hansmann, neue Investor, schickt mir immer so SMS Tractive. Geil, die werden mir noch viel Freude machen. Also wieso diese Konstellation? Um was geht es? Ja, also wir kennen den Florian. Also ich kenne den Florian ja schon sehr, sehr lange. Er ist guter Freund. Haben Tractive gemeinsam gegründet vor gut sieben Jahren mittlerweile. Florian war auch dafür verantwortlich, dass ich damals meine Zelte abgebrochen habe in den USA und nach Österreich zurückgekommen bin und Tractive gegründet habe. Und wir freuen uns sehr, dass wir den Florian mit dem heutigen Tag gewinnen konnten als neuen Mitarbeiter, als CGO, als Chief Growth Officer bei Tractive. Und er wird ab sofort auch nicht nur eine Shareholder, sondern eine operative Rolle bei uns im Unternehmen haben. Und da sind wir super stolz und freuen uns, dass das so geklappt hat. Wahnsinn. Jetzt ganz kurz noch nachgehakt, diese Genese von Tractive, die Gründung. Florian, du hast damals schon Runtastic gegründet, hast Michael gekannt. Du warst bei Microsoft, Amazon in Top Positions in Silicon Valley unterwegs, Jobs gehabt, die wirklich toll waren. Und da ist Florian bei dir, glaube ich, aufgetaucht und hat gesagt, wir müssen noch was anderes gründen. Wie war diese Geschichte, wie ist Tractive entstanden? Ja, genau. Also wir haben ja 2009 Runtastic gegründet und im Zuge der ganzen App-Produktion war ich immer wieder im Silicon Valley, also bei Apple und bei Google, habe aber gewusst, dass da ein Österreicher, wir haben ja eigentlich an der gleichen Fakultät an der Fachhochschule Hagenberg studiert, haben uns aber dort nicht gekannt, war ein anderer Studiengang. Und ich habe aber gewusst, dass der Michi bei Amazon war, das dann schon tätig war. Und natürlich, wenn man schon drüben ist, sucht man auch andere Österreicher auf. Und wir haben uns eigentlich erst in Mountain View kennengelernt, waren dann gleich auf ein paar Bier, du hast da so einen österreichischen Biergarten gekannt, wo wir ein Stiegel getrunken haben. Und dann haben wir gleich gesehen, okay, wir ticken sehr ähnlich, wir haben irgendwie so gleiche verrückte Hobbys, uns taugt beide irgendwie Technologie, jeder ist auf seine Art und Weise sehr smart. Und ich habe irgendwo in Michael sehr früh einen Unternehmer gesehen. Ich glaube, er selber in sich auch immer, aber natürlich, wenn du so Amazon und so Spitzenpositionen als Mitarbeiter in dem jungen Alter hast und viel Geld verdienst, dann ist das natürlich auch toll. Habe ihn dann damals erzählt von der Idee mit Tractive, also mit GPS Tracking, da hat es den Namen noch gar nicht gegeben und habe gesagt, wir würden eigentlich einen CEO brauchen oder jemanden, der das macht, weil wir haben dann Testigo und du kannst nicht zwei Dinge, vielleicht checkt, du hast sie probiert, aber schauen wir mal, ob das erfolgreich wird. Und dann gesagt, getan und ich bin unglaublich, also immer noch mein größter Respekt, dass du den Spitzenjob aufgegeben hast, nach Österreich zurück in einen Hochrisikobereich, Startup-Umfeld einsteigst. Aber sieben Jahre später kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, das war eine sehr, sehr gute und richtige Entscheidung. Und jetzt darf ich auch wieder an Bord sein. Also ich war ja Bordmember, Shareholder, Co-Founder und jetzt wieder aktiv im Management mit Michael und Wolfgang und mitzuarbeiten, freue ich mich sehr drauf. Also das wird eine sehr gute Sache werden. Wird es auch eine sehr große Umstellung sein für dich? Naja, natürlich, nach einem Jahr Auszeit und in kein Büro fahren müssen und dürfen, ist es natürlich wieder eine gute Umstellung für mich auch. Auf der anderen Seite sind wir da vielleicht 200 Meter weg von meinem ehemaligen Büro. Das heißt, die Strecke ist sehr ähnlich geblieben. Wir kennen uns sehr gut, wir tun sehr viel in der Freizeit gemeinsam und ich freue mich eigentlich drauf, weil mir schon ein bisschen das soziale Umfeld und nur Arbeiten von zu Hause und mit meinen Startups, wenn man die halt in die Büros besucht, aber keine Kontinuität in Projekte und sagen, hey, wie bringen wir das jetzt von da nach da oben. Und es gibt ein, zwei, drei Projekte, die uns schon beiden ein bisschen einfallen, wo ich mithelfen kann und auf das freue ich mich eigentlich sehr. Bevor ich im Detail dazu komme, Flo, was hast du im letzten Jahr grundsätzlich gemacht und wieso jetzt diese Entscheidung, nach einem Jahr reinzugehen, war das so geplant oder hat sich das jetzt ergeben? Nein, es war nicht so geplant, ich plane relativ wenig im Leben. Letztes Jahr war Auszeit, die ersten sechs Monate waren sicher mal wirklich mehr Reisen, ein bisschen weg sein. Ich war in Hawaii, ich war Heli-Skiing, ich habe mir viele Dinge angeschaut, wo wahrscheinlich die letzten Jahre keine Zeit war. Umgekehrt natürlich, ich habe mich oft mit Michael auch getroffen und das Unternehmerherz schlägt ja in einem, überhaupt wenn man auch aktiv und co-gefounded ist. Das ist ja auch, also ich bin ja da wirklich dabei und immer wieder viele Ideen gehabt und dann hat er natürlich auch einmal angeteasert, was hast du denn vorher in nächster Zeit? Und ich habe so gesagt, naja, ein bisschen vorstellen kann ich mir schon, dass ich irgendwo wieder mitarbeite, weil das würde mir Spaß machen. Und dann haben wir einmal gesagt, okay, da gibt es eine Freundschaft, die ganz wichtig ist und da gibt es ein Business, das auch wichtig ist. Kann man das vereinen und wenn ja, wie muss das ausschauen? Und dann haben wir immer konkreter geredet. Ich hätte parallel, ehrlicherweise, auch einige andere Angebote gehabt von Headhunters und Deutschland und sowieso und dann dort, aber ich glaube, ich habe das Beste gewählt und jetzt geht es los. Das ist natürlich jetzt spannend. Hut ab, das ist ein Coup, das ist eine wirkliche Leistung sozusagen, so jemanden zu gewinnen, obwohl es dann Neiverhältnisse und Gesellschaftsstrukturen und Co-Foundership gibt. Aber trotzdem, bei solchen Angeboten, die Flo hat, was musstest du auf den Tisch legen? Wie gewinnt man so einen Capazunda sozusagen, dass er tatsächlich ins C-Level einsteigt? Es ist nämlich, ich habe deswegen am Anfang nichts verraten, weil man würde wahrscheinlich erwarten, dass als Investor der Einstieg erfolgerweise erfolgt, als C-Level, als Mitarbeiter der Firma. Ja, also was muss man in die Hand nehmen? Ich glaube, wir haben viele, viele Drinks gemeinsam gebraucht, damit wir das mehr und mehr schärfen und damit ich ihn auch dahin drehe. Also ich glaube, wir haben immer schon gewusst, dass wir uns, glaube ich, in sehr vielen Bereichen sehr gut ergänzen würden und könnten und haben auch immer gesagt, irgendwann in der Zukunft, wollen wir mal was gemeinsam machen? Und dann ist irgendwie die Idee entstanden und ich habe immer wieder gesagt, Flo, wenn du zurückgehst ins Arbeitsleben, wäre das nicht was, wenn wir bashing, wäre so nahe, nicht? Erfolgsunternehmen, du hast das mitgestartet, wäre das nicht gut, wenn du alles, was du startest, auch zu Ende bringst? Dann habe ich ihn ein bisschen da mitgenommen. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist es nicht nur ein Versuch, sondern jetzt auch tatsächlich in der Umsetzung, wo wir sehr, sehr positiv sind, dass wir da unsere Gemeinsamkeiten nutzen können und schauen können, wie können wir denn das Business jetzt leveragen oder wie können wir denn jetzt einen Gang nach vorschalten mit der Hilfe von Florian? Schauen, was mir auch ganz wichtig war, also ich würde schon gerne Dinge machen, die Impact haben, die eine Größe haben. Jetzt kann man sagen, man kann wieder was neu starten, das war natürlich durchaus auch in meinem Kopf, aber geistig war ich noch nicht ready dafür. Auch wirklich von scratch und das ist dann komplett all in und ich bin da super committed, kann aber und darf nebenbei auch meine Beteiligungen da weiterführen und, und, und. Und eines ist schon ganz wichtig, dass dieses Gerät mit der App verbunden, der Attractive Tracker und das Unternehmen, das hat definitiv fantastisch Potenzial. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, wieder was bauen oder mitarbeiten zu können, wo wir sagen, das ist wirklich groß, das kann wirklich erfolgreich werden, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg und ich glaube, miteinander kann man vielleicht dann auch die eine oder andere Kurve ein bisschen nach oben bringen und es ist einfach ein solides, sauberes Business, es ist ein tolles Team, da kannst du dann mehr dazu sagen, aber es ist mir auch wichtig, ich will auch einen Spaß haben und ich will wo reingehen, wo ich weiß, erstens, ich kann was lernen, ich kann was beitragen dazu, es ist Österreich, ich wohne da gleich um die Ecken, das hat natürlich auch Vorteile und das ganze Paket war einfach rund und wir haben uns das beide angeschaut und haben gesagt, ja okay, lass uns das versuchen. Kann auch sein, dass es nicht klappt, so realistisch muss man auch sein, dann sind wir aber beide und alle erwachsen genug, dass wir auch sagen, dann werden wir das auch lösen. Und Profis genug, ja. Genau und all diese Grundlagen sind da und eigentlich ist es eine sehr geile Opportunity. Michael, können wir dieses Runtastic Potenzial, das Florian angesprochen hat, ein bisschen zahlmäßig hinterlegen? Wo steht es hier jetzt, wenn du sagst Weltmarktführer in unserem Bereich, was heißt das vielleicht von den Market Shares in Europa, was heißt das global, wo entwickelt sich der Umsatz, irgendwelche APIs, die du nennen darfst, aktive User, zahlende User und so weiter? Ja, also ich glaube, am besten sieht man es daran, wir messen uns ein bisschen mit dem Mitbewerb von den Zahlen, die wir wissen, von der Größe. Ich glaube, in Europa haben wir 80 bis 90 Prozent Market Share im Bereich GPS Tracking für Hunde und Katzen. Da gibt es nicht viele genaue Zahlen, aber da haben wir schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also da sind wir schon sehr stark im Markt. Weltweit sind wir sicher mindestens doppelt so groß als der nächstgrößere Player, auch das wissen wir. Und das freut uns natürlich. Wir sind auch im Vergleich zum letzten Jahr um über 70 Prozent wieder gewachsen. Im Umsatz? Im Umsatz und in den Nutzern, die wir haben. Nutzern, oder das ist unser Key KPI eigentlich, das sind aktiv zahlende Subscriber oder Abonnenten. Für unser Produkt muss man ja auf der einen Seite das Gerät selbst kaufen, in der Größenordnung 50 Euro und dann zahlen die Kunden zwischen 5 Euro im Monat und 50 Euro im Jahr eine Nutzungsgebühr für die Mobilfunkkosten, die dahinter entstehen. Und wir haben mittlerweile über 250.000 zahlende Kunden, die uns regelmäßig zahlen. Und daher, glaube ich, unterstreicht ein bisschen das Wachstum. Und dadurch, dass die Leute uns sehr oft für ein Jahr oder für zwei Jahre im Voraus bezahlen, haben wir auch immer einen Cash-Vorteil. Das heißt, wir konnten das fast ohne Finanzierungsrunde bis hierhin schaffen und haben immer einfach das Geld, das wir an Cashflow-Überschuss hatten, ins Unternehmen reinvestiert und ins Wachstum reinvestiert. Gewaltig, Flo. Genau, da muss man jetzt schon einmal für alle, die irgendwo in dem Business sind, wo es um Monthly Recurring oder Annual Recurring Revenue geht, wo man jedes Monat wirklich vom Kunden Geld bekommt, reingehen und wirklich sagen, hier einmal sechsstellig zu sein. Und wir haben jetzt eine Viertelmillion Abonnenten. Also da bist du schon ein Player in dieser Welt. Zahlende Abonnenten. Zahlende Abonnenten. Ich glaube, eine gute, also eine kleine Churn-Rate, die weggehen und all die, da habt ihr echt viel optimiert. Ich glaube, im Subscription-Business echtes Know-how im Unternehmen. Und ja, ich bin nicht der, der da irgendwo Bewertungen dahinter legt, aber da gibt es immer wieder Formeln auch und da kann man sich schon ausrechnen, dass natürlich auch so ein Unternehmen einen gewissen Wert hat. Und wenn man das nach vorne rechnet und man kann das Wachstum weiter in der Sphäre irgendwo halten, darum noch einmal untermauert, dass meine Aussage, dass Tractive auf alle Fälle Rantastic-Potenzial hat. Und das ist schon sehr, sehr cool, hier zu arbeiten und natürlich auch das Produkt weiterzuentwickeln. Also ich glaube ja, es wird gerade an einem LTE-Tracker schon gearbeitet für die USA, den man dann auch in Amerika launchen kann. Das ist ja vom Mobilfunkstandard immer verschieden. Aber wenn man jetzt sagt einmal, man ist eigentlich noch gar nicht in den USA, wir alle wissen, in die USA zu gehen ist nicht so einfach und man sagt nicht, ich bin jetzt da, die warten nicht auf uns. Aber wir haben durchaus einiges Erfahrung, wir haben Hardware mit Rantastic in den USA gemacht, du bist gerade wieder zurückgekommen von der CES, von der größten Consumer Electronics Show, wo ihr die letzten Jahre mit Tractive immer präsent wart. Also da sind schon Ambitionen da, dass wir sagen, hey, da geht noch ganz, ganz viel nach oben und in einem Business, das sehr nachhaltig ist, weil wir nicht jedes Mal wie andere Hardware-Teile, die einmal verkaufen, wir haben einfach einen Recurring Revenue und das ist natürlich ein Business-Modell der Zukunft. Also wenn man jetzt schaut, alles, jeder Netflix, Apple Plus und so, alles geht in Subscription-Business und da sind wir schon Profis und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und 250.000 ist wirklich jede Menge, das muss man wirklich untermauern. Vielleicht da noch anzuhängen ist für mich immer das, wenn mich Leute fragen, wie groß ist denn der Markt in Europa oder in Deutschland oder wie auch immer, ich sage immer, ich weiß auch die ganzen Hunde- und Katzenzahlen aus Europa gar nicht so wirklich, weil die alle so enorm groß sind. Aber in Deutschland zum Beispiel ist unser stärkster Markt, unser stärkstes Land. Dort wissen neun von zehn Hundebesitzern noch nicht mal, dass es unsere Produktkategorie von GPS-Tracking gibt. Also ich glaube, das zeigt schon das Marktpotenzial auf und dass wir erst wirklich an der Oberfläche kratzen von dem, was möglich ist und was an Wachstum noch drinnen ist. Und daher ist es auch wichtig für uns, in die Medien zu kommen, PR zu bekommen und wirklich auf das Radar zu kommen von den Leuten, dass die das verstehen, dass das mittlerweile das GPS-Tracking erschwinglich ist und dass es eigentlich ein No-Brainer ist für jeden, der einen Hund hat und sagt, wenn ich den ableine, dass so ein GPS-Tracker dranhängt. Wenn jetzt der Flow im Growth-Bereich anzieht und sozusagen die Firma dann auch international weiter skaliert, wird dieses Cash-Polster reichen oder wird jetzt in Sphären kommen, wo vielleicht auch Boost-Investment, Wachstums-Investment notwendig sein wird, um vielleicht in einen USA-Market eintreten zu können? Also prinzipiell ist es so, dass wir durchaus da finanziell oder Cashflow-mäßig sehr gut aufgestellt sind oder dass das sehr gut funktionieren wird. Es wäre tatsächlich für uns, glaube ich, mittlerweile relativ leicht, Cash auch größere Summen zu raisen, wenn wir das machen wollten oder wirklich ums Wachstum zu machen. In der Vergangenheit haben wir immer versucht, so organisch zu wachsen und das hat uns recht gut getan und wir wollen auch oder planen, nicht unmittelbar jetzt eine Finanzierungsrunde zu machen oder Venture Capital aufzunehmen, weil wir glauben, dass wir so gesünder und auch immer noch sehr schnell wachsen können, aber wie gesagt auf einer gesunden, soliden Basis. Flo, vielleicht sozusagen aus der Tipp- und Expertise-Seite gefragt, was sind so die KPIs, die du dir da sozusagen als Ziele auferlegst? Wenn man so eine Firma im Subscription-Business international skaliert, du sagst, 9 von 10 kennen euch nicht, sagt man dann, im ersten Jahr sollen uns 7 von 10 kennen oder was sind so die KPIs, die man sich da als Ziele auferlegt? Ja, da muss ich natürlich jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein, also ich bin jetzt im zweiten Tag irgendwo hier und muss mir mal anschauen, welche KPIs gibt es aktuell, sind es die richtigen, aber die Subscription-Zahlen sind natürlich eine und da musst du dir mal anschauen, Funnel-Perspektiven. Auf der einen Seite natürlich kann man da gemeinsam mal reinschauen, wie funktioniert der Webshop, dann natürlich in die App tiefer reingehen, weil aus dem Business komme ich auch, App bauen und da gibt es auf alle Fälle Potenzial und dann natürlich den Churn reduzieren. Und ich würde meinen, wenn wir neue Länder wie die USA angehen, da muss man auch hier durchaus realistisch sein, das haben wir auch mit Runtastic ganz gut geschafft, dass man ohne riesen Millionenbudgets eintritt, ich habe ein bisschen ein Netzwerk, was ich mitnehmen kann und wo man einfach mal sagt, jetzt starten wir mal los, wir brauchen einfach ein gutes Produkt, das haben wir jetzt bewiesen, dass das in Europa ein tolles Produkt ist, das neue Produkt kann dann schon wieder mehr, ich werde ein bisschen nachher was zum Produkt erzählen, was so die Funktionalitäten sind, aber ich sage jetzt noch einmal auf die Frage zurückzukommen, es sind KPIs da, die wollen wir verbessern und wenn man sagt, wir haben ein Umsatzwachstum year over year im siebten, achten Jahr 70% gehabt und wir sprechen da schon in Umsätzen natürlich von zweistelligen Millionenbeträgen, dann hat es natürlich einen Wert, wenn wir so weiter wachsen, das ist eine saubere Firma, da kannst du dich mit vielen Startups in Europa und so vergleichen, da sind wir top notch unterwegs und das in einem Vertical, das eigentlich jetzt erst gebaut wird, man muss immer sagen, das ist noch nicht Mainstream, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine gute Chance, diese Marktführerschaft auszubauen und dann sind wir früher oder später natürlich auch für andere Player interessant, sei es Partnerschaften, sei es andere Dinge und schauen wir, was passiert. Also es war so eine alte Aussage vom Hansi Hansmann, du brauchst keinen Wind machen, wenn du gut bist, der Wind kommt von selber und wir wollen schauen, dass der Sturm kommt. Ja gut, Michael, wenn jetzt Florian ein neues Produkt anspricht und Florian, du es dann erklären wirst, eine Frage vielleicht auch sozusagen als Tipp an die Gründer mit der Frage gepaart, es hat ja Tractive bisher ausgemacht, zumindest habe ich das aus unseren bisherigen Gesprächen so mitgenommen, eine unglaubliche konsequente Verfolgung dieses Fokusprinzips, voller Fokus auf Katzen und Hunde und Katzen und wir gehen jetzt nicht in die tausend weitere Opportunities oder bauen sonstige Produkte, lassen Umsatz Opportunities liegen, um uns da zu fokussieren. Wird das jetzt aufgeweicht, um neues Produkt zu bauen oder ist das noch immer in line sozusagen mit dieser Fokus, Fokussierung und Strategie? Also ich glaube, dass nach wie vor oder sicher einer der Gründe für den Erfolg von Tractive war immer der Fokus und ich glaube, da sind wir durchaus auch zumindest in Österreich bekannt dafür, dass wir das von Anfang an sehr gut gelebt haben und wir haben viele Möglichkeiten gehabt, GPS-Uhren zu bauen für Kinder oder für Fahrräder, GPS-Tracker zu bauen. Wir haben die App, wir haben die Infrastruktur, wir haben das Backend, wir können die Hardware bauen. Also die Möglichkeiten sind da und da auch Nein zu sagen und zu sagen, nein, wir fokussieren, wir sind lieber die Besten in diesem Vertical ist sicher der Grund, warum wir so erfolgreich sind bisher und glaube ich auch, wird der Grund oder wird Voraussetzung sein, dass wir weiter erfolgreich bleiben. Also es spricht zum aktuellen Zeitpunkt für uns nichts dafür, das weiter zu öffnen. Also wir werden uns weiter Hund und Katze widmen und vielleicht dort in verschiedene Bereiche eintauchen, mehr ins Aktivitäts-Tracking, Richtung auch Richtung Health-Tracking und so weiter entwickeln. Aber am Ende des Tages, das von 9 von 10 wissen nicht, dass es GPS-Tracking für Hunde und Katzen gibt. Also das wird unser Kernmarkt bleiben und wir werden das sicher initial in den nächsten Jahren mal weiter pushen. Das heißt, Flo, dieses neue Produkt ist als Upgrade des Bestehenden zu verstehen und jetzt kein neuer Vertical in dem Bestehenbereich. Genau, das ist jetzt eigentlich nur von der Technologie, dass es auch in anderen Märkten wie Amerika funktioniert. Einfach, da geht es um den Mobilfunkstandard. Man muss sich ja vorstellen, vielleicht ganz kurz zum Produkt, in Wahrheit ist da ein komplettes Handy eingebaut. Da ist jetzt drinnen eine SIM-Karte, also ist richtig, also die ist mittlerweile direkt verlötet logischerweise, aber eigentlich ist das ein Handy ohne Display. Also ganz kurz, was macht man? Das Produkt kommt auf das Halsband von Hund und Katze und dann trägt das Produkt mit, wo ist mein Haustier. Das trägt aber nicht nur mit, die Location über GPS positioniert, sondern auch die Bewegung. Somit bekomme ich auch einiges über Aktivitäten mit. Hier ist die Idee natürlich, dass man später mal sagt, okay, du hast jetzt einen Jack Russell. Wie aktiv ist der im Vergleich zu anderen Jack Russells auf dieser Welt? Um Menschen auch zu zeigen, ein bisschen Benchmark und du solltest vielleicht einmal mehr Gasse gehen, dein Hund braucht mehr Bewegung. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann jetzt einen virtuellen Zaun, sagen wir, das ist mein Haus und da setze ich mal auf der Google Maps oder auf den Maps einen virtuellen Zaun. Da ist mein Tracker. Läuft jetzt meine Katze oder Hund weg, ohne dass ich es weiß, bekomme ich sofort eine Notification auf mein Smartphone. Sehe in Echtzeit mit Live-Tracking dann, wo ist der Hund, wo ist die Katze. Kann dann noch da vorne eine kleine LED einschalten. Kann einen Ton bipsen lassen, um auch möglichst schnell meinen verlorenen Hund oder Katze zu finden. Dann haben wir noch weitere Funktionen. Das Aktivitätstracking habe ich schon genannt. Was ist da drinnen? Da ist einfach drinnen, wie viel bewegt er sich? Was tut er? Und später wollen wir noch überlegen, kann man noch reingehen und kann vielleicht auch sagen, der Hund kratzt sich zu viel, vielleicht hat er jetzt Läuse oder sonstiges. Also auch diese Gesundheitsdaten mit reinbringen. Da geht sehr viel beim Aktivitätstracking, sorry, dass ich einhacke, um wahrscheinlich das Thema Gesundheitsvorsorge. Ja, also ich glaube, genau das ist eines der großen Dinge. Dadurch, dass wir so eine große Userbasis draußen haben und wir sprechen da gerne vom Real Estate Around the Neck. Also wir haben schon sehr, sehr viele Geräte, die Aktivitätstracking, die diese Sensoren auf den Hunden drauf haben, speziell Hunde, aber auch Katzen. Und wir wollen dann mit der großen Masse an Daten, Aktivitätsdaten, natürlich die Daten nicht verkaufen, aber die Daten nutzen, um so zu lernen, gibt es irgendwelche Gesundheitssachen, die wir rausmessen können. Wann ist etwas nicht richtig mit dem Hund? Ist der Hund krank? Hat er Flöhe? Hat er Zecken? Was auch immer. Was kann man aus diesen Daten draus lernen? Wir verwenden da Machine Learning, haben bereits drei Leute im Unternehmen, die sich nur um Business Intelligence und Machine Learning, um diese Thematiken kümmern, weil wir glauben, dass wir aus diesen Daten sehr, sehr viel raus lernen können. Und diese Daten in Wahrheit hat sonst keiner, weil es eben keine Geräte unter Anführungsstrichen gibt für Hund- und Katzenhalsbänder. Wahnsinnig stark. Diese 250.000 zahlende aktive User lassen mich echt nicht locker die Frage und die zahlen 5 Euro pro Monat oder 50 pro Jahr, hast du gesagt, kann man auch aus dieser Basis mit neuen Angeboten und Produkten mehr rausholen, sonstige sozusagen abseilig zu machen? Also prinzipiell gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir da hingehen können und auch wenn ich die jetzt aufzähle, heißt das nicht, dass wir die explizit machen werden. Ein Beispiel wäre Versicherung für Hunde oder Katzen. Wir wissen genau, du bist mit deinem Hund im Ausland, wir können dir auch mit einer Push-Nachricht aufs Handy schicken, magst du nicht eine kurzfristige Reiseversicherung abschließen oder wir wissen, du hast einen Beagle, der hat sieben Kilo, wir wissen, wie aktiv der ist und können dir eine Versicherungspolizee bauen, die total custom auf dich zugeschnitten ist und wir haben sogar schon das Payment Relationship mit unserer Subscription, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit und der Markt wächst auch sehr stark, speziell in den USA gerade ist das Hundefutter, das angepasste, das Custom Pet Food für den Nutzer, weil wir können dir nicht nur das Hundefutter regelmäßig zuschicken für deinen Beagle, sondern wir wissen, wie aktiv ist er, was braucht er gerade, was fehlt ihm, welches Futter tut deinem Hund gut und welches nicht und können dir theoretisch jede Woche, jedes Monat das richtige, angepasste Futter für dich schicken und auch hier, wir haben wieder den Zahlungsverlauf mit dir bereits oder die Zahlungsdaten, das heißt, wir können das sehr, sehr viele Möglichkeiten schaffen, um Recurring Revenue zu erhöhen, aber auch um wirklich den Nutzer etwas Gutes zu tun und wirklich dem Hund was zu geben, was er sonst noch nirgends erhalten kann. Florian, das sind jetzt viele Opportunities und Themen, die jetzt wieder angesprochen sind, aber jetzt im Sinne eines der USPs dieser Fokussierung, du bist ja auch selber Investor, ihr habt ja als 8Eyes schon einige Startups im Portfolio, wie wichtig betrachtest du auch jetzt dieses Thema, obwohl du da bist, um weiter Gas zu geben, trotzdem nach wie vor diesen Fokus zu bewahren? Ja, ganz wichtig, ich glaube, der Michael hat sich gesagt, es sind Opportunities da, man muss sich die aber wirklich sehr genau anschauen, also irgendwann, glaube ich, kommt man aus dem Bereich jetzt das Gut Feeling, das Bauchgefühl, da könnte was gehen versus man schaut sich wirklich die Zahlen genau an und jetzt haben wir einmal totalen Fokus, dass wir das Produkt jetzt für die USA ready machen, dass wir sagen, weil das Produkt funktioniert, es ist alles da, jetzt machen wir den Markt größer. Das nächste ist dann natürlich, dann ist es eine Make-or-Buy-Decision oder Partner-Decision, auch baut man selber, macht man Hundefutter jetzt, was natürlich ganz was anderes ist mit Ablaufdatum, mit Logistik, mit Customisierung, das wäre kein Miniprojekt, das wäre ein großes Projekt sozusagen. Oder findet man den richtigen Partner, der sagt, hey, wir arbeiten hier zusammen und wir können aber einfach unsere Wertschöpfung einfach größer machen. Und das sind Dinge, die wir uns jetzt gemeinsam schon letztes Jahr ein bisschen, aber dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr auf den einen oder anderen Messen, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind, ansehen werden. Aber noch einmal, das Kernprodukt von Tractive wird ein Tracker, ein GPS-Tracker und Aktivitätstracker für Hunde und Katzen bleiben. Da gibt es noch viel zu optimieren, da können wir noch mehr Batterie-Power reinbringen, da können wir noch ein bisschen kleiner werden. Da haben wir, wir sehen da im Hintergrund eine Landkarte, viele Länder, die noch nicht erschlossen sind. Da müssen wir noch überhaupt Aufklärungsarbeit betreiben, um das Produkt überhaupt und die Kategorie relevant und bekannt zu machen. Also ich würde meinen, es sind so viele Themen am Tisch und die Kunst des guten Unternehmers wird wieder die sein, die richtigen Themen zur richtigen Zeit machen. Und da müssen wir auch noch schauen, gelingt uns das? Ich glaube, da ist eine sehr gute Arbeit die letzten sieben Jahre, acht Jahre gemacht worden. Also unglaublich gute Arbeit und das wollen wir weiter fortsetzen und dann dort noch ein bisschen beschleunigen. Ich habe dich eigentlich gefragt, steigst du da sozusagen Fulltime ein oder hast du einzelne Tage oder wie sozusagen, weil du hast ja noch ein breites Portfolio an eigenen Investments. Was wird das für das bedeuten? Genau, der Michael weiß das natürlich, dass ich nebenbei die eine oder andere Sache mache. Das werde ich auch beibehalten. Ich will ja auch meinen Startups nach wie vor helfen und Gutes tun. Ich bin zwei bis drei Tage in der Woche hier, habe auch meinen Schreibtisch hier und bin wirklich auch beim Team erinnern. Das möchte ich auch sein, auch im Management. Natürlich, wir müssen uns ja austauschen. Bin 100 Prozent committed, aber so bleibt natürlich auch noch die Zeit, dass ich meine eigenen Dinge, die nebenbei ja auch wichtig sind, machen kann. Aber natürlich, es ist irgendwo, es war schon in der Vergangenheit so. Tractive ist auch eben mein Herz verankert. Als Co-Founder kann man sich da nicht rausnehmen, das will man auch nicht. Und ja, noch einmal, da freue ich mich sehr drauf und ich bin wirklich voll committed, voll da, schon mitten im Produkt geistig drinnen und teilweise schon ein bisschen zu viel, der Michi, muss man immer wieder mal ein bisschen bremsen. Aber du weißt, wie der Enthusiasmus ist, wenn man neu reinkommt. Und noch einmal, es kann ein ganz großes und gutes Aushängeschild in der Szene in Österreich werden, ein nächstes. Wir brauchen mehr davon, das wissen wir alle, das weißt du und, und, und. Und ich glaube, da haben wir einige Learnings schon, die wir mit vielen Menschen teilen dürfen und können. Vielleicht abschließend so ein paar, vielleicht wenig sexy, aber interessante Facts. Kriegt er einen Dienstvertrag? Wird er jetzt ein Mitarbeiter oder ist das eher ein Beirat jetzt, das da hilft? Also wie ist das eigentlich dann gestaltet? Also ich glaube, es ist von Anfang an wichtig und das sind auch die ersten Fragen der Mitarbeiter gewesen. Ist das jetzt so ein Paperjob, der halt draufsteht und dass man das sagen kann oder schreiben kann? Oder ist er tatsächlich da? Also es ist tatsächlich eine operative Rolle bei uns im Unternehmen, wo er zwei bis drei Tage die Woche auch den ganzen Tag und Tage sind bei uns und auch manchmal länger als sieben oder acht Stunden bei uns ist und tatsächlich mitarbeitet. Also das ist mal das erste und er hat ganz einen normalen Dienstvertrag mit einem Gehalt, das sicher nicht zu den höchsten Gehältern gehört. Aber ich glaube, man muss kein Hellseher sein, um zu sehen, um zu wissen, dass der Florian nicht fürs Gehalt mitarbeitet bei uns, sondern wirklich für Enthusiasmus und für Passion. Und das ist uns natürlich auch wichtig. Und ja, er hat einen ganz normalen Dienstvertrag wie jeder andere auch. Er muss einstempeln und ausstempeln, wenn er kommt und wenn er geht, damit wir die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Die mühsamen gesetzlichen Voraussetzungen vielleicht, dass wir das nochmal sagen. Und ja, so ist es. Also ansonsten ist er nicht anders gestellt als unter Anführungsstrichen jeder andere Mitarbeiter auch bei uns. Mit dem Benefit, dass du mit deiner Tätigkeit auch dein eigenes Vermögenswert sozusagen vermehrst und anreicherst. Naja, natürlich. Da ist schon ein Interesse da, nachdem ich ja auch Shareholder bin und Co-Founder. Aber ganz klar, also noch einmal, es ist ein ganz normales Dienstverhältnis. Ich will auch einen Beitrag leisten. Also das ist noch einmal kein Papierjob und nichts nur für die Medien oder so, sondern das ist meine operative Rolle jetzt 2020 und auch darüber hinaus hoffentlich. Und da möchte ich einen guten Job machen und ist auch für mich trotzdem eine sehr schöne Erfahrung. Jetzt muss ich und darf ich nicht ganz vorne stehen, was auch cool ist, weil das bringt ja auch einige angenehme Sachen mit sich. Umgekehrt kann ich mich hier natürlich auch ein bisschen einen Rat da und dort mit auf den Weg geben, weil ich auch schon viel machen und sehen durfte. Und für mich ist es eigentlich nach meiner Auszeit jetzt die ideale Konstellation, der ideale Einstieg. Und noch einmal, auch beispielsweise bei Adidas hätte es wahrscheinlich auch einen sehr guten Job gegeben. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass ich in so einem Unternehmen und wo ich auch selber dabei bin, wo ich auch Skin in the Game habe, einen größeren Mehrwert leisten kann wie woanders. Und natürlich am Ende des Tages vielleicht auch zu meinen eigenen Benefit. Mega. Wirklich eine mega Geschichte. Ich bin wirklich, Michael, immer wieder und Florian fasziniert, wenn ich mit euch rede, was da alles weitergeht. Globaler Weltmarktführer mit, wenn ich das richtig kopf, auf 90% Market Share in Europa. Ich meine, welcher Startup kann das von sich behaupten? Muss man wirklich, wirklich sagen und anerkennen? Das alles noch aus dem eigenen Cashflow, aus dem eigenen Umsatz. Insofern vielleicht die abschließende, alle abschließende Frage, falls ihr dazu was sagen dürft. Ihr habt ja wenig Investoren. Hansi Hansmann ist im sechsten Monat dazugekommen als Business Angel, aber jetzt keine Venture Capital Investoren, die da einen Exit-Druck machen würden. Ist ein Szenario für euch vorstellbar, einen globalen Marktführer sozusagen auch langfristig aufzubauen oder fährt man eine Exit-Strategie in den nächsten Jahren? Gibt es da sozusagen Konkreteres? Also ich glaube, das ist bei Tractive von Anfang an so gewesen, dass wir nie gesagt haben, wir bauen ein Unternehmen, das wir unbedingt nächstes Jahr verkaufen wollen. Und wir haben auch immer gesagt, wir bauen jetzt nicht unmittelbar ein Unternehmen auf, das wir für die Urenkel machen wollen. Also ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, was die Opportunities sind und wie sich der Markt bewegt. Wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir kein Cash benötigen und dass wir kein Wachstumscash benötigen. Das heißt, wir haben weder Druck von Shareholder-Seite noch internen Druck, noch finanziellen Druck, hier etwas zu machen und sind daher dem nicht ausgesetzt und das hilft uns natürlich. Es sind natürlich für verschiedene Player am Markt, die Interesse zeigen an den Daten, am Unternehmen oder wie auch immer, aber es ist bei uns jetzt kein Exit-Druck da und jetzt nicht, und weil wir das auch schon gefragt wurden, also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten Monaten an Adidas oder wenn auch immer verkaufen. Genau, also ich finde es eigentlich, es ist eine sehr ähnliche Rantastic-Situation. Wir haben auch das Unternehmen nie geplant, deswegen zu bauen, damit wir es verkaufen. Dinge ergeben sich, wenn irgendwelche tolle Firmen bei uns anklopfen, dann redet man natürlich mit den Managern, mit den C-Level-Leuten und es ergeben sich Dinge, aber die schönste Situation ist natürlich eine, in der wir nicht müssen und du hast gerade alle Beispiele oder alle Eigenschaften unterstrichen, warum wir das nicht müssen und es ist natürlich auch schön, wenn man super wächst. Irgendwo wird auch der Unternehmenswert mitwachsen, wenn die Zahlen nach oben gehen, das ist dann eine mathematische Formel und man schaut sich Opportunities oder Möglichkeiten am Weg an. Auf der anderen Seite, der ist no pressure in the game, das macht das alles sehr, sehr angenehm und ich glaube abschließend ist wichtig zu sagen, gibt es jetzt auf www.tractive.com zum Kaufen. Nein, ist wirklich ein tolles Gerät auch und jeder, der ein Haustier hat, kann man nur empfehlen und sich einmal ein bisschen mit dem Thema befassen und ja, es wird sicherlich noch mehrere News dieses Jahr von uns geben und Dejan, danke natürlich auch immer an dich für die tolle Berichtserstattung, also der Brotkasten, ist ja in Österreich mittlerweile eines oder das Startup-Medium, wo die Leute ihre Infos bekommen und ja, freut mich immer, dass wir da so miteinander arbeiten dürfen. Danke Flo, danke Michael, wirklich auch für diese fantastischen Abschlussworte, es ist wirklich großartig euch zu beobachten, diese Entwicklung, all the best für diesen weiteren Weg, wir bleiben dran, eine wirklich unfassbar tolle unternehmerische Story, wir werden dann bleiben mit allen Learnings, die ihr da gesammelt habt, ich glaube da können wir alle viel lernen, nein, für mich ist es immer eine Lernstunde mit euch Interviews zu führen, insofern danke auch dafür, dass ich für kein Coaching Gebühr zahlen muss in diesem Kontext. Stay tuned, wir bleiben an Tractive dran, wirklich eine großartige Geschichte aus Österreich, danke fürs Dabeisein und tschüss.